Was, wenn Neil Armstrong sich entschieden hätte, nicht auszusteigen? Einfach sitzen zu bleiben, den kleinen Schritt nicht zu warten. Was hätte er verpasst? Geh mit uns den nächsten Schritt auf Deinem Weg mit Jesus. Mit Deiner Kleingruppe. Steps to One bietet Angebote für kleine Gruppen. Bestehende und neu mit der Durchstartende. Erhalte Impulse, Material, Ausbildung, Begleitung und Austausch. Informiere Dich auf der Homepage www.stepstone.com. Schau mal und melde Dich schon heute an. Dein kleiner Schritt kann einen großen Unterschied machen. Für Dich, für Deine Familie, für Deine Freunde und Dein Umfeld. Bleib nicht sitzen. Geh den nächsten Schritt. Werde Teil der Kleingruppenbewegung Steps to One. Wir freuen uns auf Dich. Wir freuen uns auf Dich. Werde Teil der Kleingruppe. Till der Kleingruppe. ir ...